Karpati Karmasana. Eine bequeme Sitzhaltung für lange Vorträge oder auch sonst, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Moritz zeigt, wie es geht. Von der normalen Sitzhaltung, zum Beispiel Muktasana ausgehend, beuge zum Beispiel das rechte Knie, gibt den rechten Fuß auf den Boden und das rechte Knie ist senkrecht oben. Gib dann die rechte Hand auf das rechte Knie und die linke Hand auf das linke Knie. Dies ist Karpati Karmasana. Eine Sitzhaltung, die du zwischendurch mal einnehmen kannst, eine Weile und dann zur anderen Seite überwechseln kannst. Übrigens davon ausgehend kannst du natürlich auch ein Knie unter die Achselhöhle geben, dann hast du eine gute Stellung, um auch ein Nadi zu öffnen. Zum Beispiel, wenn du das Knie unter die linke Achselhöhle bringst, öffnest du das rechte Nasenloch und damit Pingala Nadi. Und so kann man sagen, Karpati Karmasana ist auch eine gute Ausgangsstellung, um den Fluss des Pranas durch Ida und Pingala zu regulieren. Mehr Informationen über dieses und mehrere tausend andere Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de und die wichtigsten Asanas findest du in unserer App, die Yoga-Vidya-App.